Dioden verwendet man in Netzteilen als Gleichrichter-Dioden. Der Transformator liefert eine Wechselspannung. In vielen Fällen benötigt man aber eine Gleichspannung. Eine einzelne Diode lässt nur eine Halbwelle passieren und es fließt ein pulsierender Gleichstrom, der die positive Halbwelle der Wechselspannung zeigt, aber die negative abschneidet. Möchte man beide Halbwellen haben, dann benötigt man einen Vierweg-Gleichrichter, zum Beispiel aus vier Dioden. Abwechselnd leiten diese Dioden oder diese beiden Dioden. Der Vierweg-Gleichrichter liefert bereits einen Gleichstrom, der nicht mehr unterbrochen wird, der aber immer noch stark wellig ist. Setzt man einen Siebkondensator ein, dann wird diese Welligkeit reduziert. Der Kondensator speichert Ladung, die in den Zeiten abgegeben werden kann, in denen die Spannung gering ist. Man erhält also eine glattere Gleichspannung, man spricht hier von Glättung. Ein großer Glättungskondensator ist erforderlich, um für eine große Stromstärke ein sauberes Gleichspannungssignal zu erzeugen. der Kondensator ist erforderlich. Der Kondensator ist erforderlich, um für eine große Stromstärke einzuschränkend zu erzeugen.